Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Das hier soll die Updated Bookshelf Tour werden. Das heißt, ich werde euch jetzt gleich das Regal hinter mir zeigen. Ich habe ja schon eine Bookshelf Tour auf meinem Account. Ich glaube, ich habe das vor einem Jahr ungefähr gedreht. Also guckt ja gerne mal vorbei, falls ihr euch dafür interessiert. Ja, jetzt soll es auf jeden Fall um ein Update gehen. Das heißt, was hat sich in meinem Regal getan? Was habe ich vielleicht anders hingestellt? Was habe ich jetzt gelesen in der Zwischenzeit? All sowas. Darauf werde ich jetzt gleich eingehen. Und es werden auch noch Teil 2 und Teil 3 folgen für mein Regal, was links von mir steht. Und für dieses kleine Regal hier in der Seite. Ja, ich hoffe, ihr freut euch natürlich. Und lehnt euch zurück, macht euch einen Kaffee oder einen Tees. Wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger dauern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Gucken und los geht's! So, und wie beim ersten Mal auch, zeige ich euch das Regal. Also das rechte, das breitere, nicht das linke. Da werde ich dann separat noch drauf eingehen. Nochmal in seiner vollen Pracht ganz am Anfang. Das ist das gesamte Regal. Tada! Servat euch also tatsächlich einige Bücher. Deshalb würde ich sagen, fangen wir direkt an. Und wir legen direkt los mit dem ersten Regalbrett. Wir haben hier als erstes die Selection-Reihe, bestehend aus den fünf Teilen, die ihr ja ganz links eben seht. Wunderschöne Bücher, wunderschöne Cover. Also ich habe es wirklich geliebt, die zu lesen. Habe sie bereits alle fünf gelesen und geliebt. Also ja, gerade lese ich ja auch Promise, das neue Buch von der Autorin. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dann geht es weiter mit der Legend-Reihe. Da habe ich den ersten Teil gelesen, die anderen zwei noch nicht. Da möchte ich unbedingt jetzt aber ganz, ganz bald mal weitermachen und die Reihe beenden, endlich mal. Aber dafür müsste ich mir, glaube ich, noch, ja, den ersten Teil nochmal durchlesen, damit ich auch irgendwie wieder in der Geschichte bin. Wisst ihr, was ich meine? Dann kommt die Edelstein-Trilogie. Rubin, Rot, Sophia, Blau, Smaragd, Grün von Kerstin Gier. Habe ich bereits gelesen und auch geliebt. Dann haben wir hier die Lux-Reihe oder Lux, wie man das auch nennen mag. Obsidian, Onyx, Opal, Origin und Opposition. Ich hoffe, das ist die richtige Reihenfolge. Ich hatte das mal komplett falsch stehen, eine ganze Zeit lang. Aber das müsste eigentlich die richtige Reihenfolge sein, oder? Oh, ich hoffe. Die Reihe habe ich bis zum dritten Teil gelesen und fand ich auch echt gut, aber dann irgendwie nie weiter gelesen. Und gerade momentan reizt sie mich auch nicht mehr so. Also, hm, ja, muss ich bald mal gucken, ob ich nochmal weiterlese. Ich möchte sie auf jeden Fall noch beenden, aber gerade ist irgendwie nicht so die Zeit. Ich weiß nicht. Aber Obsidian, der erste Teil, der hat mir damals echt gut gefallen und den kann ich nur empfehlen. Also, das war irgendwie echt mal was anderes und was Besonderes. Dann haben wir von CJ Daugherty Secret Fire den ersten Teil und den zweiten Teil. Hier ganz rechts habe ich leider beide noch nicht gelesen. Wir gehen ein Regalbrett weiter runter. Und zwar haben wir hier Der Kuss der Lüge von Mary E. Pearson. Leider auch noch nicht gelesen, obwohl ich immer wieder höre, wie gut diese Reihe einfach sein soll. Also, ich bin sehr gespannt. Das sind ja, glaube ich, vier Teile oder fünf. Dann Night School, der erste Teil, auch von CJ Daugherty habe ich gelesen, fand ich gut. Möchte ich bald auch mal weiterlesen. Dann haben wir Wenn du stirbst, Panic, Als ich dich suchte, Delirium und Pandemonium von Lauren Oliver. Ich mag die Autorin sehr gerne, obwohl die auch irgendwie so ein bisschen umstritten ist, habe ich das Gefühl. Also, entweder man kommt mit ihren Büchern zurecht oder nicht. Ich mag sie auf jeden Fall sehr gerne. Die sind alle gelesen, die ich hier von ihr habe. Und ich fand die echt gut. Wenn ich mich jetzt für eins entscheiden müsste, was ich am besten fand, dann würde ich, glaube ich, Wenn du stirbst, nehmen. Also, das fand ich schon echt gut. Obwohl, ziemlich viele davon auch enttäuscht waren. Keine Ahnung warum. Dann, das rote Buch daneben ist Tote Mädchen lügen nicht von Jay Asher. Habe ich gelesen, als ich, glaube ich, zwölf oder dreizehn war. Also, das ist schon echt lange her. Fand ich damals aber gut. Ich weiß aber nicht, wie ich es heute finden würde. Auf jeden Fall, die Netflix-Serie fand ich auch sehr, sehr gut. Dann haben wir Feuer und Flut und Salz und Stein von Victoria Scott. Eine absolut unterschätzte Reihe, die auch gar nicht so viele kennen, leider. Dabei ist die echt gut. Das ist halt so eine Dystopie. So ein bisschen erinnert sie auch entfernt an Panem. Aber sie ist irgendwie noch mal was anderes, eigenständiges. Und ich fand die richtig, richtig gut. Dann haben wir hier Von der Nacht verzaubert von Amy Plum leider noch nicht gelesen. Genauso wie Dark Canopy von Jennifer Benkau leider auch noch nicht gelesen. Und ich glaube, vor einem Jahr bei der Bookshap-Tour habe ich schon über diese Bücher genau das Gleiche gesagt. Shame on me. Ja, Spiel der Macht folgt als nächstes, gefolgt von Spiel der Liebe. Ich weiß genau, dass Spiel der Macht der erste Teil ist und Spiel der Liebe der zweite, äh, der dritte Teil. Der zweite Teil fehlt mir leider. Ich habe sie aber generell beide noch nicht gelesen, aber ganz fest vorgenommen. Dann haben wir Wie Mond es so selber von Marissa Mayer. Fand ich sehr gut. Und auch mal was ganz anderes. Auch die Richtung, in die das Ganze gegangen ist mit den Cyborgs und so, hat mir extrem gut gefallen. Als nächstes haben wir hier Silber, die Trilogie. Den ersten Teil habe ich bereits gelesen, genau wie den zweiten, aber den dritten irgendwie nicht. Also dieser Silbrige hier. Irgendwie nie gelesen, nie dazu gekommen. Ich weiß auch nicht warum. Muss ich dringend nachholen. Habe ich mir auch für dieses Jahr vorgenommen. Und direkt daneben, in Schwarz, einmal Niemals Welt von Marissa Pestel. Habe ich letztes Jahr gelesen. Fand ich unglaublich gut. Erinnert so ein bisschen an Untäglich Gustavs Murmeltier. Aber es geht noch in eine andere Richtung und es ist sehr mysteriös. Es ist echt ein gutes Jugendbuch. Kann ich nur empfehlen, weil ich sehe das irgendwie ziemlich safe, muss ich sagen. Dann geht es einmal weiter. Hier mit Alles, Nichts und ganz viel dazwischen von Ava Reed. Habe ich gelesen. Fand ich super. Ist auch ein sehr, sehr wichtiges Buch in meinen Augen. Es tut mir übrigens leid, wenn das Bild hier so ein bisschen schief ist. Ich versuche das auf jeden Fall noch zu korrigieren. Ja, dann kommen von Rainbow Rowell Fange. Fand ich auch toll. Ist aber schon länger her, dass ich das gelesen habe. Nach dem Sommer von Maggie's Dievater. Leider noch nicht gelesen. Zusammen sind wir Unendlich. Von Melissa Keil habe ich schon gelesen. Fand ich auch süß. Ist eine süße Jugendgeschichte irgendwie. Dann haben wir Eleanor & Park von Rainbow Rowell. Ich weiß auch gerade gar nicht, warum ich die beiden Bücher getrennt habe. Also Fangirl und Eleanor & Park, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Eleanor & Park fand ich auch sehr, sehr toll. Und ist auch mal irgendwie eine andere Liebesgeschichte. Von Matt Haig haben wir dann ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben. Hat mir sehr geholfen in einer etwas schwierigeren Phase, sage ich mal. Also ist ein sehr, sehr guter Ratgeber. Dann von Anne Freitag zwei Bücher. Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte. Das habe ich bisher leider noch nicht gelesen. Und Mein bester letzter Sommer, das habe ich gelesen. Und ich musste bitterlich weinen am Ende. Das Buch hat mich total überrascht und überzeugt. Und ich fand es wirklich gut. Dann von Matt Haig. Okay, ich frage mich, warum ich Bücher mal trenne. Das ist noch was von Matt Haig. Und die beiden Bücher sind einfach nicht zusammen. Wie man die Zeit enthält, leider noch nicht gelesen. Und nochmal Anne Freitag. Es ist hier ein kunterbuntes Durcheinander, wie ihr seht. Den Mund voll ungesagter Dinge, leider auch noch nicht gelesen. Dann folgt hier meine heiß geliebte Central Perk-Tasse. Die habe ich schon gelesen. Nicht Spaß. Ja, wir haben hier jetzt noch eine Jojo Moyes-Sektion. Einmal ein ganzes halbes Jahr. Ein ganz neues Leben. Oh Gott, ich kann den Titel gar nicht lesen. Im Himmel mehr sehe ich nur. Oh Gott, ich bin so blöd. Ich blende es euch unten ein. Und eine Handvoll Worte. Da habe ich leider bisher nur ein ganzes halbes Jahr gelesen. Das hat mir aber sehr gut gefallen. Also das hat mich auch nachhaltig berührt und bewegt. Das fand ich irgendwie voll emotional und schön. Und auch der Film ist sehr gelungen, wie ich finde. Machen wir weiter mit meiner Fitzeck-Reihe. Ich habe hier einmal der Augensammler, der Augenjäger abgeschnitten. Noah, Passagier 23, das Joshua-Profil, die Blutschule, das Paket, Flugangst 7a und ein bisschen verdeckt. Ich räume das mal kurz weg. Der Insasse. Ich habe natürlich alle gelesen und auch alle geliebt. Bis auf das Joshua-Profil und die Blutschule. Die beiden fand ich nicht so stark. Aber naja, die anderen Bücher waren auf jeden Fall echt gut. Und ich habe ja auch noch Taschenbücher von ihm. Also das ist ja nicht meine ganze Sammlung. Die sind aber in einem anderen Regal. Also nur, dass ihr euch nicht wundert. Und das neueste Buch habe ich auch noch nicht zu Hause. Das Geschenk. Das ist ja rausgekommen, als ich in Neuseeland war. Deshalb konnte ich es mir leider nicht kaufen. Aber das werde ich ganz bald machen. Ja, also die fand ich alle echt gut. Ich liebe Fitzeck, das wisst ihr. Ich vergöttere ihn. Er ist für mich so einer der besten Autoren. Und deshalb, ja. Dann geht es weiter mit Phobia von Wolf Dorn. Bereits gelesen und geliebt. Genau wie Stephen King Joyland. Geht auch mal in eine andere Richtung. Dann haben wir von Stephen King noch Bazaar der bösen Träume. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung. Fand ich auch ganz gut. Ist auch mal was anderes. Dann haben wir Finderlohn. Das fand ich eher schwächer von ihm leider. Von Simon Beckett haben wir hier Verwesung. Also ein Teil der David-Hunter-Reihe. Da habe ich, glaube ich, nur den Teil zu Hause leider. Die anderen leider nicht. Aber das kommt noch. Ich bin dran. Ja, ich habe die ganze David-Hunter-Reihe gelesen und auch geliebt. Von Andreas Eschbach NSA leider noch nicht gelesen. Obwohl mich das Buch unheimlich reizt und ich das auch ganz bald lesen möchte. Und dann haben wir von Lena Kiefer Ophelia Scale. Einmal die Welt wird brennen, der Himmel wird beben und die Sterne werden fallen. Ich habe ja den ersten Teil dieses Jahr gelesen, fand den überwältigend und richtig gut. Die anderen beiden Teile werden dann natürlich auch noch folgen. So viel steht fest, weil ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Dann kommen wir hier zu meiner heißgeliebten Harry Potter-Reihe. Alle sieben Teile habe ich natürlich leider aber noch nicht gelesen. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich bin beim fünften Teil hängen geblieben. Also bei Harry Potter und der Orden des Phönix. Ihr seht ja schon, was das für ein Klopper ist. Ich glaube, das sind über tausend Seiten oder so. Und ja, da hat mich irgendwann einfach der Mut verlassen. Das ist leider noch nicht gelesen. Oder noch nicht zu Ende gelesen. Die anderen Teile dann dementsprechend auch nicht. Aber das habe ich mir auch für dieses Jahr vorgenommen. Dann das Theaterspiel oder das Theaterstück, das Manuskript zu Harry Potter und das verwünschene Kind. Das ist auch noch nicht gelesen. Dann haben wir hier einen Teil der Biss-Reihe. Bis zur Mittagsstunde und bis zum Ende der Nacht. Die habe ich gelesen. Ich habe die ganze Biss-Reihe gelesen, aber leider nicht alles zu Hause hier. Aber ich fand die damals echt gut, als die rauskam. Dann geht es weiter mit Kerstin Rukik. Und was geschah mit Femke Star? Leider noch nicht gelesen. Obwohl das echt ziemlich gut sein soll. Habe ich jetzt schon von vielen Leuten unterschiedlicher Lesegeschmäcker gehört. Faye von, wie heißt die, Katharina Herzog? Ich bin mir gar nicht sicher, wie die Autorin heißt. Leider auch noch nicht gelesen. Von Sabah Tahir, Elias und Laia habe ich gelesen. Fand ich unfassbar gut. Aber ja, habe die Reihe irgendwie nicht weiter gelesen. Da ist keine Logik hinter. Das braucht ihr nicht verstehen. Irgendwie, ja, keine Ahnung. Manchmal bin ich da irgendwie echt eigen. Ich muss mir die, ich glaube, die anderen zwei Teile sind es, glaube ich, noch echt mal zulegen. Von Antonia Michaelis, Niemand lebt November, habe ich leider noch nicht gelesen. Von Cecilia Ahern-Flaught auch nicht. Und Young Elites von Mary Lou, der erste Teil dieser Reihe, leider noch nicht. Dann da hinten kommt noch dieser Brocken von Ken Follett. Sturz der Titanen, das sind, glaube ich, über 1300 Seiten oder so, leider auch noch nicht gelesen. Aber es reizt mich sehr von der Geschichte her und was dort passiert. Und ich werde dem Ganzen ganz bald auch mal, ja, eine Chance geben. Himmel und Hölle von Mallory Blackman ist leider auch noch nicht gelesen. Genau wie Ellingham Academy, Was geschah mit Alice von Maureen Johnson, leider auch noch nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe hier wieder mal mehr ungelesen als gelesen, überhaupt in meinem Regal. Ja, aber kommen wir jetzt zu Thalamus. Das sieht man jetzt gar nicht so genau. Das ist dieses blaue Buch da oben. Aquila, Leias, Elanus, Sekulum, Erebus und Erebus 2, alle von Ursula Potznanski. Die habe ich bereits gelesen, bis auf Aquila. Das fehlt mir noch. Das ist aber ganz bald dran. Ich liebe die Autorin. Ich liebe sie auch vor allem für ihre Jugendthriller. Die sind so unfassbar gut geschrieben. Und es behandelt immer so ein aktuelles Thema, was ich ganz cool finde. Also guckt da mal vorbei, falls ihr die noch nicht kennt. Dann liegt da oben, dieses grüne Buch ist City of Bones von Cassandra Clare. Habe ich noch nicht gelesen. Habe ich die ersten 50 Seiten gelesen, aber es hat mir ja nicht so gut gefallen. Ich möchte aber auf jeden Fall nochmal mit der Reihe starten. Dann haben wir von Stephanie Hasse Schicksalsbringer noch nicht gelesen. Genau wie von Eva Völler auf Ewig Dein. Weil ich da jetzt erstmal mit der Zeitenzaubertrilogie anfangen möchte. Das ist ja quasi so ein bisschen die Vorgeschichte, so wie ich das verstanden habe. Aber die fehlt mir eben noch und dann will ich nicht einfach mit der Reihe weitermachen. Von John Green haben wir einmal Magus Spuren. Das habe ich gelesen, fand es aber nur so, naja. Irgendwie bin ich ja jetzt nicht so der größte Fan von John Green. Leider. Irgendwie kann ich mit seinen Büchern ganz auf nichts anfangen. Schlafgut, ihr fiesen Gedanken von ihm. Ganz daneben habe ich noch nicht gelesen. Dann von Emily Trunko einmal Deine letzte Nachricht für immer. Und ich wollte nur, dass du noch weißt. Habe ich beide gelesen und sind sehr emotional. Es sind halt immer so Textschnipselnachrichten. Dadurch kommt man da gut durch und kann die auch schnell lesen. Und es ist wirklich sehr emotional und sehr ergreifend. Also haltet da auf jeden Fall Taschbücher bereit. Ja. Ja, Verbinden von Tabitha Susuma gehört jetzt zu meinen absoluten Lieblingsgeschichten. Obwohl es so ein bisschen so eine Grenze überschreitet sozusagen. Es geht ja um geschlüsselte Liebe. Aber ich finde es so gut erzählt. So ergreifend. Und die Geschichte lässt mich einfach immer noch nicht los. Also guckt da unbedingt mal vorbei. Es ist ein ganz besonderes Buch. Dann haben wir von Gabriel Talent Mein Ein und Alles. Da hatte ich ein bisschen zu hohe Erwartungen. Ich habe von allen gehört, dass es super gut sein soll. Ich fand es auch jetzt gar nicht mal so schlecht. Aber irgendwie hatte ich mir da auch noch ein bisschen was anderes erhofft. Also ich weiß nicht. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht. Ja, Ein wenig Leben von Han Yanagihara gehört ja zu meinen absoluten Lieblingsbüchern. Habe ich natürlich gelesen. Dementsprechend wird auch geliebt. Dagegen Das Volk der Bäume habe ich auch gelesen. Fand ich allerdings nicht so gut. Ich hatte relativ hohe Erwartungen. Wurde dann ein bisschen enttäuscht wieder mal. Der Junge auf dem Berg von John Boyne habe ich auch gelesen. Und fand es auch sehr, sehr gut. Es hat eine echt interessante Thematik. Und ich liebe John Boyne generell für seinen Schreibstil. Also der schreibt unfassbar gute Bücher. Ja, Cursed Kiss von Alana Falk habe ich leider noch nicht gelesen. Genau wie Für Immer und Ein Herzschlag von Thameson Murray. Habe ich leider auch noch nicht gelesen. Kommen wir jetzt zu der untersten Reihe. Und da stehen die Bücher, wie ihr sehen könnt, ja leider zweite Reihe. Ich finde es nicht ganz so optimal. Aber ich habe leider gerade echt keinen Platz mehr. Deshalb muss ich mal gucken, was ich damit mache. Ja, ich gehe jetzt erstmal auf die vordere Reihe ein. Und dann schiebe ich die Bücher zur Seite. Und dann kommt die zweite Reihe. Wir haben hier Der Circle von Dave Eggers. Leider noch nicht gelesen. Genau wie von Marie Grashoff, Neon Birds. Aber das ist gerade so gehypt. Und ich bin auch selbst so hyped dadurch, dass ich das unbedingt lesen möchte. Dann haben wir aus der Romantasy-Fraktion von Karsen Verlag Eslin, Das Lied der Sonne und Drachendunkel. Aber alle drei noch nicht gelesen. Die kam ja auch gerade erst raus. Dann ebenfalls aus dem Karsen Verlag Immer, Wieder, Für Immer. Auch noch nicht gelesen. Genau das gleiche mit Was geschah mit Mara Dyer von Michelle Hodkin. Wurde ja leider nur der erste Band, glaube ich, auf Deutsch übersetzt. Und ich habe ihn mir gekauft, weil die Geschichte super spannend klang und auch mal nach was anderem. Jetzt habe ich aber dann bald rausgefunden, dass es eben nicht weiter übersetzt wird, was echt schade ist. Jetzt muss ich mal gucken. Ich möchte es jetzt definitiv, glaube ich, auf Englisch weiterlesen. Kann mich jetzt aber auch nicht von dem ersten Teil trennen irgendwie. Four Keys, das Buch daneben, habe ich auch noch nicht gelesen. Dafür aber Sturmtochter. Und ich sehe gerade, die stehen in der falschen Reihenfolge. Sehr gut. Also der rechte Band ist eigentlich der erste. Und dann kommt der zweite. Von Bianca Yosevoni habe ich den ersten Teil gelesen. Den fand ich super. Dann haben wir hier von Carlin Coben. Ich schweige für dich, ich finde dich und ich vermisse dich. Alle drei gelesen und für sehr gut befunden. Der schreibt auch sehr, sehr gute und innovative Thriller. Also ist auch mal was anderes. Und ja, es hat immer so einen Twist, mit dem man nicht rechnet. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Dann haben wir von Laura Kneidel. Die Krone der Dunkelheit habe ich auch bereits gelesen. Ist ja so ein bisschen High Fantasy, also eigentlich nicht so mein typisches Genre. Fand ich aber trotzdem sehr gut und auch sehr lehnsenswert. Und ich möchte da auch ganz bald weiterlesen. Dann haben wir hier Vier Farben der Magie von V.E. Schwab leider noch nicht gelesen. Genau wie die Töchter von Ilian von Jenny Mainoujen. Da habe ich nur mal reingelesen, aber dann war irgendwie nicht mehr die richtige Stimmung bei mir. Ich weiß auch nicht. Es war irgendwie ganz komisch. Und deshalb habe ich es eben auch nicht beendet. Ist auch eher Richtung High Fantasy einzusiedeln. Ja, Still Alive von Claire Douglas habe ich dagegen gelesen und fand ich unbeschreiblich gut. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass ich da so einen guten Thriller geliefert bekomme. Also echt Chapeau. Unter dem Zelt der Sterne von Janet Bennett habe ich letztes Jahr auch gelesen. Mit Josy zusammen in der Leserunde war für mich ein absolutes Highlight. Hätte ich nicht erwartet. Ist auch so ein bisschen underrated. Ich sehe das irgendwie sehr, sehr selten bei anderen. Aber ich kann es nur empfehlen. So viel Liebe habe ich noch nicht gelesen. Genau wie Martha schläft. Der ist ja jetzt auch gerade erst rausgekommen. Dabei habe ich Liebeskind von der Autorin wirklich sehr geliebt. Also das hat mich absolut, ja, überwältigt. Und ich freue mich deshalb auch sehr auf Martha schläft. Und daneben haben wir noch von Adriana Popescu Goldene Zeiten im Gepäck. Das habe ich leider bisher auch noch nicht gelesen. So, ich habe euch die zweite Reihe jetzt mal ein bisschen, ja, nach vorne geholt. Wir haben hier als erstes Dunkelgrün fast Schwarz. Das, oh, das orangene Cover, wollte ich gerade sagen. Das grüne von Mareike Fallwickel fand ich unfassbar gut. Das ist auch so ein bisschen underrated, weil ich das auch nicht allzu oft sehe. Aber es war ein sehr erschreckendes, aber auch sehr, sehr fesselndes Buch. Und, ja, ich denke oft noch dran irgendwie. Dann haben wir drei Schritte zu dir. Da habe ich, da seht ihr noch das Lesezeichen drin vielleicht, habe ich, ja, bis zur Hälfte gelesen. Und dann hat es mich irgendwie nicht mehr so gepackt. Und dann hatte ich auch den Film gesehen, was ein großer Fehler war. Weil so kannte ich natürlich die Handlung schon und habe dann irgendwie nicht weitergelesen, leider. Ja, das Jahr in der Box habe ich noch nicht gelesen. These Broken Stars habe ich gelesen. Nur den ersten Teil möchte ich aber auch ganz bald weiterlesen. Weil ich es echt ziemlich gut fand. Der Store von Rob Hart hatte ich auch noch mal reingelesen. Ein bisschen angelesen, aber dann irgendwie auch nicht weiter. Shame on me. 254 Tage mit Jane Doe ist ja jetzt erst neulich rausgekommen. Von Michael Belanger. Oder Michael Belanger. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Ja, habe ich auch noch nicht gelesen. Reizt mich aber sehr. Es ist, glaube ich, ein echt gutes Jugendbuch. Da freue ich mich sehr drauf. Dann dieses wunderschöne blaue Cover ist Knochendiebin. Habe ich noch nicht gelesen. Du wolltest es doch mit den Füßen auf dem Cover. Habe ich auch noch nicht gelesen. Dafür dann aber Wunder von Raquel J. Palacio. Das fand ich auch toll. Und ja, ist einfach so eine Geschichte, die geht unter das Herz. Und auch den Film fand ich unbeschreiblich schön. Ja, von Karen Slaughter. Die letzte Witwe ist auch ein ganz schön dickes Buch, wie ich gerade sehe. Habe ich auch noch nicht gelesen. Von Cornelia Funke. Das Labyrinth des Fauns. Auch noch nicht. Dabei möchte ich das eigentlich schon seit letztem Jahr lesen. Aber das ist dann auch kurz vor Neuseeland rausgekommen. Und dann bin ich auch nicht mehr dazu gekommen. Dann haben wir von Celeste Ng. Was ich euch nicht erzählte. Das soll ja auch super sein. Leider auch noch nicht gelesen. Dafür aber von Melanie Rabe. Einmal die Wahrheit und der Schatten. Beide gelesen. Und beide für sehr gut gefunden. Genau wie Gone Girl. Das ist da unten so ein bisschen meine Thrill-like gewesen. Vielleicht schon sehen könnt. Es geht langsam in die düstere Region, sag ich mal. Ja, also Gone Girl von Gillian Flynn habe ich gelesen und fand ich auch sehr gut. Genau wie Ian Reid, The Ending. Das ist so ein bisschen ein abgespacedes Buch. Ein bisschen was anderes, als man eigentlich sonst so liest. Aber es geht in eine sehr verstörende Richtung. Ich hätte nicht damit gerechnet. Und ihr wisst ja, wenn ich überrascht werde von so Büchern, die in eine ganz andere Richtung gehen, dann liebe ich das total. Also große Empfehlung. Ja, dann haben wir von Oliver Sosami. Einmal vierter Stock Herbsthaus und S3. Von den beiden, die habe ich beide gelesen, gefällt mir S3 ein bisschen besser. Das hat mich noch ein bisschen mehr schockieren können. Ihr seht auch, das ist relativ dünn. Das fällt da kaum auf. Es war unfassbar krass und auch krank. Und es basiert anscheinend auf realen Erlebnissen und Geschehnissen. Und wenn das wirklich war, ist dann eine gute Nacht. Oh mein Gott. Aber ja, auch vierter Stock Herbsthaus fand ich sehr erschreckend und gruselig. Aber leider nicht mehr ganz so gut wie S3. Dann von Wiebke Lorenz. Bald ruhest du auf, fand ich auch gut. Aber ist mir jetzt auch nicht so mega im Kopf geblieben. Ich weiß aber, dass es mir damals sehr gut gefallen hat. Dann haben wir von Ruth Ware zwei Bücher. Und zwar Woman in Cabin 10 und Im dunklen, dunklen Wald. Die fand ich beide gut. Und ja, wenn ich mal entscheiden müsste, dann ist es, glaube ich, Woman in Cabin 10, fand ich noch ein bisschen besser, ein bisschen spannender. Aber beide sind eigentlich echt gut. Und ich freue mich auch schon vor allem auf das Buch, was dieses Jahr neu von ihr rauskommt. Das ist echt eine tolle Autorin. Also ich liebe ihre Thriller. Die sind super spannend und gehen auch eben immer in eine andere Richtung. Ja, und das letzte Buch aus diesem Regal, dann haben wir es auch geschafft, ist 1984 von George Orwell. Also ein Klassiker. Eine Dystopie, die auch heute irgendwie noch so aktuell ist und die man auch heute noch gut lesen kann. Ja, habe ich auch bereits gelesen und fand ich sehr erschreckend und grausam. Und ich hoffe, dass sowas nie passieren wird. Puh, also das ist echt harte Kost und kann einem auch so ein bisschen, kann einen einfach runterziehen von der Laune. Aber nichtsdestotrotz ein unheimlich gutes Buch, was ich immer nur weiterempfehlen kann. Ja, und dann würde ich sagen, wir sind durch. Ja, meine Lieben, das war Teil 1 meiner Bookshack-Tour. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Schreibt mir sehr, sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Falls ihr vielleicht schon einige Bücher davon gelesen habt, was eure Meinung dazu ist, da freue ich mich immer sehr drüber. Aber wie gesagt, Teil 2 und Teil 3 werden auf jeden Fall jetzt noch folgen in den nächsten Wochen. Ich freue mich auf jeden Fall und ich hoffe natürlich, ja, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, folgt mir gerne. Und ich würde sagen, bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.